Hallo und schön, dass du reinschaust. Heute möchte ich dir meine Gartenbeleuchtung, Festbeleuchtung, Partyleuchten für deine Terrasse, deinen Garten, Pavillon, Balkon, zu jeder Party, zu deinem Fest gerne vorstellen. Sie werden einfach aus Papier gefertigt. Rechts und links die Lampillons sind aus Pappe und in der Mitte die eine Blüte ist einfach aus Frühstückspapiertüten gefertigt und mit LED-Leuchten werden sie beleuchtet. Das geht ganz einfach, geht ganz schnell und vielleicht hast du Spaß daran und schaust mal in die Videos rein, die ich schon eingestellt habe oder einstellen werde. Und vielleicht ist ja genau das das Richtige, was du suchst, zum basteln, für eine ganz tolle Sommerstimmung, aber auch mal für Silvester. Da gibt es so viele Ideen und dann habe ich sehr, die Idee gefällt dir und du möchtest wissen, wie einfach die Sachen zu basteln sind. Mich würde es freuen und tschüss, bis wieder mal. Ganz, ganz liebe Grüße. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.